So und jetzt geht es weiter mit dem Schlüsselanhänger, sieht auch super schön aus, ein Stern, dieser Stern ist hier oben noch mit Straßsteinschüpper arbeitet, wie ihr seht, bis hier oben hin, ist auch wieder ein Schlüsselanhänger, auf der anderen Seite ist es mit Stoff bezogen, also für 9,50 Euro habt ihr diesen Superstern. Dann gibt es auch nochmal einen Hundi, dieser ist hier mit Pailletten gearbeitet, wie ihr seht, hier ein Schlüsselanhänger und auch nur ein normaler Anhänger, hier nochmal mit einem kleinen Plüschbällchen ist hier nochmal dran, ganz winzig, ja und natürlich gehört auch dieser Anhänger auch noch dazu und das ist für 10 Euro. Die sind super toll gearbeitet, die Sachen, auch sehr aufwendig, wie ihr seht, besonders mit Pailletten und mit Straß, also sehen super schön aus, und es sind auch so richtig ausgefallene Sachen, die auch hier nur einmal gibt. Also die sind alles Einzelstücke, dieser Stern ist 9 Euro, ist auch richtig toll gearbeitet, hier oberhalb mit Straßsteins, mit Pailletten in der Mitte, auf der anderen Seite, wie ihr seht, ist nochmal auf Leder auch richtig schön eingenäht, also nicht geklebt, sondern genäht, das ist auch schon mal wieder etwas hochwertig, das sind kleine Winsen, diese kleinen Winsen, die sind alle aus ganz kleinen Lederstreifen, also Lederbändchen gearbeitet, dieses Teil ist an einem Schlüsselanhänger oder auch an einem Anhänger gearbeitet. Und dieses Teil kommt 9 Euro. Hier habt ihr ein kleines Blättchen, So, dieses Blättchen seht ihr auch, das ist auch nochmal verziert mit kleinen Straßsteinchen, ist auch super toll gearbeitet, sieht auch ganz toll aus, ist auch ein Einzelsteck für 7,50 Euro. Hier habt ihr Kitty, Kitty kann man auch hier so richtig, Kitty-Kiddy-Kiddy-Kiddy-Kiddy-Kiddy-Kiddy-Kiddy-Kiddy, hier nochmal, also ist er mit einer Gitarre, aber das könnt ihr richtig schön bewegen, wie ihr seht, das ist nicht frei bewegbar. Ja, dieses Teil ist nochmal, auch wie vorhin das Straßsteinchen bearbeitet, sieht auch super schön aus, auch bei den Farben eher, ist sehr aufwendig, also für 9,90 Euro habt ihr dieses tolle Teil. Ja, dann haben wir jetzt den letzten Schlüsselanhänger, auch für 9 Euro, die wunderschöne Libelle. Richtig schön kunderbund gearbeitet, auch richtig schön farbenfroh, hier nochmal mit, ein bisschen marktfarbig, das Grün und in Pink, die Flügeln, also Grün und Pink gearbeitet, in der Mitte nochmal ausgearbeitet mit Straßsteinchen, sieht auch super schön aus, an einem Anhängsüberzweck auch nochmal an einem Schlüsselanhänger, also die Sachen könnt ihr richtig super toll an Taschen tragen, an Koffer, an alles, wo kleine Bändchen drin sind, so kleine Ösen drin sind, also überall könnt ihr die super gut dran tragen, also sie sehen immer toll aus, die Schlücken, das teilen nochmal so richtig schön hochwertig raus, also es gibt immer wieder ein kleiner Kick. Jo, das war's dann jetzt auch erstmal mit dem Schlüsselanhänger, bezweck Kücheanhänger und Anhänger.